Ja natürlich, also den Schweiß so ein bisschen und den Staub, der da überall rumfliegt, ein bisschen atmen. Dann denken die anderen Leute wenigstens, man wäre halbwegs hygienisch auf so einem Festival. Obwohl man beim nächsten Konzert natürlich wieder genauso aussieht wie vorher. Kann man nichts machen. Ja, gehört dazu. Ja. Ich bin sauber! 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 Drei, zwei, eins... TORETEIBLOCK!